so heute will ich anfangen die stammbäume so noch und noch durchzuprobieren also wir fangen mit der klasse 2 also tier 2 die 1 heute jeder und ich würde sagen wir nehmen heute der m2 light da ist noch der art hier der erste panzer leichte panzer der amerikaner mal freischalten kann so sieht er aus sind im gesamten drei pakete wo es gibt also in der grundausstattung oder sehr hohe feuergeschwindigkeit von 89,2 20 durchschlusskraft 22 und schaden 8 wenn man die höhere tiere hat ist es natürlich 8 lachhaft aber ok jeder fängt anmerklähe 220 ps das dritte paket hat dann feuergeschwindigkeit von nur noch 24 mit einer 730 mm gun m5 durchschlusskraft erinnert sich auf 48 70 90 und der schade der ist jetzt mal annehmbar 40 40 50 und 262 ps so dann werde ich muss sagen fahren wir mal aus jetzt kann das erst mal vielleicht in der 7er gefecht kommen weil ich habe sie mit auch mal gehabt mit dem tier 9 übrigens weiße tier 8 war es ja tier 8 7 gegen 7 aber das ist ziemlich schlecht gelaufen weil ich nirgends mehr durchgekommen bin das war zu stark nur einer von uns in der russische 10er da hat fünf von denen abgeschossen und jedes mal hochhaus verloren so ist dann wenigstens sechs zu zielausgange ja meines mine standort gefecht gut bei mir tut bei mir meistens als mal das bilderfräger das ist meistens also ziemlich oft mit einem fahrer mal sehen ob es diesmal ohne eifräger geht wir haben eine 15 g 15 g 15 bei uns ist ein 1er noch dabei und die andere hand hört es weh ich bin noch im überlegen ob ich vorher vorher soll oder besser als im hintergrund müssen wir erstmal gucken ob sie alle vorfahren oder irgendjemand hinten bleibt mal vorhin habe ich gefecht gehabt da sind alle nach vorne gefeucht und keiner ist hin geblieben dann ist unsere basis ein overpower obwohl der gegen gerade noch drei gehabt hat und wir noch acht gehabt hat also da kommt auch noch durch ein kleiner da will ich aufklären wahrscheinlich war die ari die nur zwei ari ist mir gerade ein ich fahre mal eine gun vor weil ich nicht auf die ari erwischt auch probierst du mal auch 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 ziemlich verzehrt aber wenn es wäre alles seit abgedeckt Ich glaube, ich gehe mal vor, dass ich ein bisschen was kriege. Ich fahre mal den Kleiner zu überholen. Ah, das geht nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, ist leider der Schnitzer geschickt. Motor kaputt. Wir können uns nicht mehr bewegen. Ja. Motor repariert. Weiter geht's. Okay, verledigt. So, jetzt haben wir nur noch die Ari. Wird wahrscheinlich wieder in der gegnerischen Basis sein. Oh, da war ich zu spät gekommen. Ja. Okay. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist durch die eigene Dummheit. Ein bisschen zu schnell. Nicht mehr gefahren. Aber die Muni, also 54. Das sind... Okay, es war ja gerade drei Schuss. Das sind dann nochmal ganz 20, 18 ungefähr pro Schuss. Ja. Also, das war jetzt der N2 Lite. Und ich guck, dass ich gleich noch einmal einer aufnehme. Aber dann trenne ich, dass das Video nicht so groß wird. Jetzt mache ich nochmal eine zweite Teil. O, die Tüche. Ich bin so großartiges. Aber dann sind die Tüche. Also, glaube ich, die Tüche. Ich habe das mit der Tüche. Und das ist mir rechtzeitig. Und dann gibt es auch mehr so großartig. On ist das mit dem Räumen. Aber dann ist das mit der Tüche. Und dann kommt der Tüche. Und dann entnissbar noch mal. Vielen Dank.